Was für ein verrücktes Rennen! Max Verstappen hat den großen Preis von Österreich gewonnen. Sebastian Vettel ist nach den Ausfällen bei der Mercedes-Piloten nun wieder führender der Gesamtwertung. Red Bull-Pilot Max Verstappen hat sich in einem ereignisreichen Rennen im österreichischen Spielberg den Sieg vor den Ferraris von Kimi Rekönnen und Sebastian Vettel gesichert. Die beiden Mercedes-Fahrer Walter Rebordas und Lewis Hamilton schieden aufgrund technischer Probleme aus, deshalb steht Vettel nun wieder an der WM-Spitze. In der Gesamtwertung liegt Vettel, 146 Punkte, nach 9 von 21 Rennen mit einem Punkt vor Hamilton. Es ist ein positiver Tag, es hätte aber noch besser laufen können, sagte der Deutsche. Der Start verlief spektakulär, Hamilton überholte den auf der Pole Position gestarteten Teamkollegen Waters und fuhr auf Platz 1 vor. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als sollte Rekönnen von den ultra-soften Reifen profitieren und die Führungsposition übernehmen. Die Mercedes-Piloten verteidigten jedoch die Plätze 1 und 2, zunächst. Für Bottas war das Rennen kurz danach allerdings beendet. Der Wagen des Finnen hatte Hydraulik-Probleme. Bottas musste seinen Boliden abstellen, es folgte eine virtuelle Safety-Care-Phase. Diese nutzten sowohl die beiden Red Bull-Piloten Daniel Rebschiado und Verstappen als auch Rekönnen für einen Boxenstub. Hamilton wechselte erst danach seine Reifen und kam als Vierter aus der Box. Nachdem das Team Hamilton den Strategiefehler per Frank mitteilte, antwortete der Brite, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe das einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll in der 39. Runde folgte der nächste Rückschlag für Mercedes. Vettel schob sich durch ein starkes Überholmanöver an Hamilton vorbei. Kurz zuvor hatte Vettels Teamkollege Rekönnen bereits Ricciado überholt. Nachdem zu Beginn des Rennens alles nach einem Mercedes-Doppelsieg ausgesehen hatte, hatten die Ferraris nur noch Verstappen vor sich. 17 Runden vor Schluss musste Ricciado seinen Wagen auf Platz 4 liegend abstellen. Der Red Bull konnte aufgrund eines Getriebeschadens nicht mehr weiterfahren. Ricciado schied an seinem 29. Geburtstag vorzeitig aus. In der Schlussphase verteidigte Verstappen seine Führung vor Rekönnen und Vettel. Es ist toll, hier zu gewinnen vor so vielen niederländischen Fans, sagte Verstappen, das war ein großartiger Tag für mich. Es kann gern so weitergehen. Hamilton schied aufgrund eines Motorschadens in der 64. Runde aus, und runde die damit ein enttäuschendes Wochenende aus Sicht von Mercedes ab. Runde aus, und runde die damit einigen.